hallo herzlich willkommen zu einer weiteren folge von ja schön dass ihr mit dabei seid schön dass ihr auch du wieder mit dabei bist und ja ich bin immer noch gespannt was uns hier so erwarten wird in dieser etwas doch feindlicher gesinnten gegend gucken wir mal bis jetzt läuft ja einigermaßen taverne ist im augenblick mit die brauchen das feuerholz ja genau stärkungsmahlzeit blablabla keine kochzutaten verfügbar logisch logisch weil auch noch keine märkte die kann man aber bauen marktstand da mal ein dünn ach schau einer guck mehr früchte wild könnte man hier anbieten was habe ich denn für wildes anzubieten hasenfleisch habe ich dann bildschwein herring und forelle noch nicht so kann ich hier hase anbieten dann könnte ich anbieten moment umblick zack boin hause vielleicht wildschwein habe ich im rapport war und ich war es noch nicht lange ganz kurz intervenieren tschuldigung arbeiten mit profis arbeiten mit profis geht anders wildschwein war das thema ja weiß ich nicht keine ahnung wie viel wir da bekommen werden ob das uns irgendwann mal ausgehen wird dann hätte ich hier noch weiteres fleisch das könnte man dann jetzt hier dann da da weh und so anbieten was ich dann noch machen möchte wäre ganz gerne getreide ne erst person gemüsefarm wir bleiben mal in dieser in dieser in diesem dieser abfolge und hier dann vielleicht so eine gemüsefarm hin wo man mit dem drehen so würde das passen vielleicht hier besser es dreht sich gar nichts mehr irgendwas ist da im weg glaube ich drehe ich doch nicht wie die andere richtung man so schwer jetzt rinnt er da noch rum man wessert das bilder da so die braucht natürlichen connect sonst läuft da nix dann muss konzentriert okay dann brauchen wir farmland das ist immer hilfreich wenn das vorhanden ist finde ich persönlich immer sehr hilfreich farmland zu haben bei einer farm ich bin allerdings nicht so sicher ob ich die so clever jetzt hier gelesen denn es geplant habe die farm mit dem fahren land das ist jetzt doch ein bisschen sehr seltsam aus irgendwie kann man nicht helfen weil sie da zu eng aber 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 kann doch mal so setzen einfach mal so ja moment gleich habe ich es was richtig ich das geht natürlich nicht mehr ich habe kulkuliert jaja so Fiel genau einer. Ja, tolle Wurst. Nicht so gut. Ach, du ahnst nicht, oder noch? Ja, das muss ich jetzt sagen. Entschuldigung, das reicht immer noch nicht. Diese Wege, diese Wege werden noch mal irgendwann mal ein Untergang sein. Hallo? Und jetzt? Nein, ich will das abreißen. Du solltest, dass ich 10.000 Varianten von bauen? Was macht es? Es verdirbt es. Ah, jetzt? Nee, gar nicht wahr. Mann, ist es denn wahr? So. Wie schwer kann eine Sache sein? So, jetzt wird es interessant. Müssen wir gucken mit dem Weg, dass ich jetzt irgendwie hier noch gekommen bin. Bis dahin kommen wir. Das geht. Und dann machen wir das so. Puh. Durchs Knie, ins Auge, direkt ins Rücken. Irgendwie sowas. Was anderes fällt mir dazu nicht ein. Ja. Das war jetzt aber... Meine Herren. Gut, gut oder doch. Ja. Okay, da wird schon eifrig gegessen. Das ist schön. Die Taverne ist in Betrieb. Das ist auch cool. Hier wird jetzt Gemüse angebaut. Moment. Wir sind noch nicht fertig. Tut mir sehr leid, aber das ist so. Denn ich brauche noch weitere Marktstände. Ich kriege hier noch locker einen hin. Ich kriege da noch locker einen hin. Und ich kriege sowieso... Perfekt ist anders, aber egal. Ich könnte jetzt hingehen. Was da jetzt gerade auch immer passiert ist mir egal. Gemüse. Was wird denn da? Moment, Moment, Moment. Ich würde sagen Kürbis. Ist ja irgendwie immer dabei. Dann auch hier. Gemüse. Was haben wir hier? Kohl, weiß ich nicht. Mais könnte sein. Ja, komm. Ich nehme einfach mal so auf blauen Dunst. Getreide. Brot. Habe ich noch nicht, weiß ich. Aber kommt irgendwann. Wenn ich denn hier noch den Platz dafür finde. Das Ding ist bis auf 6... Wo kommt der denn her? Warte, 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 warte. Tut mir leid, aber da muss der doch mal ran hier. Das Ding da muss weg. So. Ich habe den hier irgendwie schon dabei. Der geht erstmal in die Pause. Der Kollege wird wieder angeschmissen. Weil wir brauchen Holz und so und überhaupt. Und ja. Die gegnerischen Einheiten sind mir da erstmal egal. Ein weiteres Lager wurde entdeckt. Aber das kennen wir schon. Und falls nicht, dann ist es halt noch ein weiteres dazu gekommen. Hier ist immer noch Ende Gelände. Okay. Ich brauche ein Gilderhaus. Da hilft nix. Ausrüstung und Ausbildung. Gilderhaus. Wie sieht sich das nicht hin? Hier ist zu viel Wald. An diesen Wald komme ich jetzt aber ran. Das war vorher nicht der Fall. So. Moment. Wir gehen in Anführungsstrichen etwas neuere Wege. In sehr großen Anführungsstrichen. So. Und das Ding setze ich erstmal da hin. Und äh ja. Nein. Der war's. Sieh was, sieh was. Ähm. Cool. Das läuft, das läuft. Äh. Äh. Okay. Äh. 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 Wir sind jetzt hier geläufer. So. Gebäude aktiv. Äh. Äh. Warum ist da die weiße Fahne? Äh. 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 Das ist in Ordnung. Wir gehen dahin, nur jetzt winken die mit den Händchen. Ihr habt da einen Baum zu fälleln, meine Frau. Ach, oh, peinlich. Ja, ich sag da jetzt erstmal nix zu. So, ja, oh mein Gott. Das sind immer so die Sachen, die ich dann zum Eifer des Gefechts nicht sehe. Wir werden einfach durchgehen. Sorry. So, er ist auch schon eifrig dabei, den Baum zu fällen. Das ist sehr schön. Die anderen rennen noch da hinten hin. Das ist erstmal egal. Wichtig ist der Baum da. Ja, der ist Geschichte. Was ich jetzt nicht weiß. Okay, der hämmert das Ding weg. So will es halt nur sein. Was machen die mit dem... Okay, der Baum stumpf ist noch da und er bringt sogar noch zwei Nadelholzstimme. Ja, dann muss ich so lange warten oder werde ich so lange warten, bis der dann auch Geschichte ist. Dann ist das einfach mal so. Und dann wird das Gebäude jetzt noch ein bisschen rumstehen. Moment, Moment, Moment. Dann macht er jetzt als nächstes. Geht er da dran oder geht er da dran, dass euer Holz ablässst du da liegen? Nein, er ist da eifrig mit beschäftigt. Okay, der Stamm ist da noch nicht komplett. Die Feuerholzzweige sind uninteressant. Ja, Banditen, ich weiß, aber ich kann es erst mal nicht ändern. Jetzt rennen die alle hier hin oder was? Einen Moment mal, ich muss nochmal kurz mal ausprobieren. Ist jetzt vollkommen egal, was. Ich will nur gucken, ob ich das da hingesetzt bekäme. Okay, das würde wohl funktionieren, sagt mir da. Das Programm entsprechend. So. Mal das hier mit den Teilen, die sind natürlich voll, fast voll. Das ist jetzt gerade erst fertig oder so. Ja, das war jetzt so nicht gedacht, aber nun gut. Und dann ist das so. Damit musste ich rechnen. Ja, die Aktion hier, gerade hier mit dem Green Skin, tut mir leid, aber das habe ich erst nicht gesehen. Das ist bei der Aufnahme, die Zuhörer, aber was ist denn das da? So, okay, Lager ist uninteressant. Die Zeit läuft uns davon. So, die sind eifrig dabei, beziehungsweise Personal ist auf dem Weg. Dann mal kurz zusammenfassen, was habe ich hier, Steinmetz, okay. Achtet, der Kopriantmacher ist auch dabei, sehr gut. Weißt du, auf die acht Hölzdinger da, ne, also da mache ich jetzt kein Fass für auf. Der Ding kommt weg und will ich. So, ähm. Nein. Ja. Einige, das ist der Getreidefarm wäre nicht. Oder fühle ich die sogar hier noch. Das wird eng, das wird sehr eng. Aber hier würde ich die unter Umständen noch hinkriegen. Das ist immer so, das ist immer so die Frage, wie viel Platz verschwende ich dafür? Wie kriege ich die so hin, dass sie aber auch den Platz hat, den sie braucht? Ich mache es einfach mal so. So, Felder, klar. Aber das mit den Pfeilen ist, glaube ich, hier in dem Fall sogar egal. Bin mir nicht sicher, aber könnte ich mir fast vorstellen. Das geht. Das geht. Gegebend noch. Ich bin schon wieder ein bisschen so frei nach Schnauze, was ich hier mache, aber. Ja, manchmal ist das so. Na ja, muss man halt einfach mal die Dinge so in Angriff nehmen, wie sie gerade kommen. Ich fürchte fast genau das hier wieder nicht. Einen Augenblick. So, was ich jetzt auch nicht weiß, ist, geht das hier überhaupt noch mit der Grünfläche? Ihr seht das Problem. Hier ist, Moment. Einen Augenblick mal. Er weigert sich da. Er würde es hier hinsetzen, komischerweise, aber hier irgendwie nein. Oh, mein Gott. Und ich habe vorher nicht gespeichert. Es tut mir im Herzen weh. Ich weiß, das ist jetzt, aber boah. Materialverschwendung und Zeitverschwendung und alles Verschwendung. Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich. Ich hätte die etwas weiter nach oben setzen müssen. Platz genug ist da. Ja, deswegen weiß ich das auch jetzt hier gerade alles weg. Weil, ja, es ist halt wie es ist. Da machst du nichts. Die Farmen, die sind immer so ein bisschen so mein, 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 mein Seele schon tot. Zum einen, weil die halt so relativ viel Platz brauchen. Und damit der Planung immer so eine Sache für sich ist. Das war gut hier. Nervig, nicht rum. So, da habe ich hoffentlich jetzt genügend Abstand zu der Straße hier. Einheiten werden angegriffen. Ja, das ist das so. Ich kann das erstmal nicht ändern. Hallo, wieso musst du dich nicht drehen? Ist mir egal. Komm, zack, komm. Jetzt hat es da. Ich kriege die Krise. Zum tausendsten Markt. Da glaube ich die schlechteste Stelle überhaupt ausgesucht kann das sein. Hm. Aber ich hätte die ganz gerne hier in der Nähe. Alleine wegen den Versorgungswegen und so weiter und so fort. Da muss er irgendwie machbar sein. Dafür verklebe ich mich dann auch regelmäßig. Da ist ein Haken. Hier ist ein Haken. Das ist aber auch zum Mäusemelken. So, ich möchte mal anders. Ich muss dann noch ein bisschen näher ran. Gehe erstmal hier so an. Diese Stelle. Okay. Da fehlt dann auch wieder so ein halber Millimeter. Ne, ne. Boah, das macht keinen Spaß. Was? Ein Dreck. Warte, 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 warte. Nein. Klippt man das an? Oh, jetzt auch. Jetzt will ich Robillard. Ich muss doch verdammt nochmal möglich sein, diese verdammten Felder hier hinzusetzen. So, meine Herren. Das ist natürlich die Frage, ob das jetzt hier noch mit dem Weg? Jesus, Maria und Josef. So, boah, was eine Story. Moment, die ist noch nicht ganz zu Ende. So, Mann. Da fällt dir nichts vor zu ein. Die ganze Zeit ist verbraten. Mit der Getreidefarbe. Das ist wohl nicht wahr. So, ja. Getreidefarbe ist auch nur die halbe Miete. Wenn wir schon mal gerade dabei sind. Windmühle brauchen wir auch. Was natürlich in dem Sinne. Das Ding ist so riesengroß. Das ist mir alles Schnuppe. Das kommt jetzt dahin und fertig ab. So, dann haben wir die Windmühle auch schon mal im Auftrag gegeben. Was ist hier mit der Bäckerei? Kriege ich die wenigstens hier hin? Ich gebe offen zu. Das ist hier eine ziemliche Flickschusschusterei, was ich jetzt hier im Augenblick mache. Aber ich will die Sachen, ich will die Sachen soweit schon mal. Mal das Erg ist am Meckern. Was fehlt ihm? Achso, ja, klar. Was für ein Wunder. Ich will die Sachen wenigstens so halbweg. Fertig haben, beziehungsweise schon mal so in der Vorplanung haben. Und was gemacht werden muss, muss gemacht werden. So, wer braucht es, das Werkstatt. Eins kommt zum anderen. Ja, okay. Wer wir machen müssen. Ich meine, das waren jetzt absolute Schnellschüsse. Das ist mir vollkommen klar. Ja, aber Dieten, ich weiß, ihr könnt mich mal gerne haben. Banditen ist mir jetzt egal. Da müssen wir irgendwie durch. Eventuell muss ich das Ganze nochmal komplett neu planen. Ich habe keinen Plan, wie das jetzt hier weitergehen wird. Wir werden es erleben. Ab der nächsten Folge. Bis dann wünsche ich euch immer alles Gute und genießt die Zeit. Vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung. Vielen, vielen lieben Dank für deine Unterstützung. Bleibt ihr treu. Bis bald. Und macht's gut. Bis bald. 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 Untertitelung des ZDF, 2020